Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Klasse! Willkommen! Heute ist der 10. September 2020. Heute ist Donnerstag. Morgen ist Freitag. Und gestern war Mittwoch! Gut, Klasse, eine Frage. Was ist das Wetter in Nürnberg? Ist es regnerisch? Ist es sonnig? Ich weiß es nicht. Okay, Klasse. So, wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig. Sonnig. Und keine Sonne mehr. Wo ist die Sonne? Wo? Okay, Klasse. Wie ist die Temperatur in Nürnberg? Ah, Herr Dahl. Die Temperatur ist 25. Ist das warm? Ist das heiß? Ist das kühl? Es ist sehr warm, Herr Dahl. Sehr, sehr warm. Okay, Klasse. Was ist das? Ach so. Hier ist Apfelkuchen. Apfelkuchen. Hmm. Hmm. Herr Dab hat Hunger. Ah, das ist Apfelkuchen. Oh, was ist das? Butterkuchen? Butter? In Kuchen? Eww, Herr Dab. Das schmeckt gar nicht. Doch. Butterkuchen schmeckt gut. Ah, Klasse. Hier ist Herr Dabs Lieblings-Essen. Dänisch Plunder. Sie schmecken sehr, sehr gut. Hmm. Das ist mein Lieblings-Essen in Deutschland. Sie schmecken sehr, sehr lecker. Tschüss. Tschüss.